hallo freut mich dass ihr dieses mal auch wieder dabei seit bei unserem versuch die platzierung ein bisschen rauf zu klettern auch wenn es natürlich eigentlich nur casual ist aber wenn man mal vergleicht ich bin jetzt auch schon ein paar ränge aufgestiegen seit ich mit euch spiele irgendwie das gefühl runde 4 wird so unsere runde und gefällt mir ja gut ich bin wieder stürm ich mal gar nicht er könnte mir den jetzt natürlich wegfeuern irgendwie hoffe ich auch dass er das macht das hoffe ich irgendwie so nicht schade da warte ich lieber noch was weil der ist mir doch schon ein bisschen zu schade dafür jetzt einfach so drauf zu gehen ja weiß scheinbar gerade nicht was er machen soll sowas habe ich befürchtet weil ich das ding ein bisschen zu stark finde alle anderen karten werden genau weil dann gibt ich so passen hauptsache die karte wie er eigentlich drei leben und für jeden zauber einen effekt bekommt richtig starke karte naja hey blizzard sagt ihr mal was dazu vor allem wenn man als zweiter anfängt kann man den in runde 1 auf den 3 3 pushen und sogar rein theoretisch noch zwei spotzen wege haben wenn man in die richtigen karten zieht ich frage mich ob ich frage mich ob ja sehr schön ey den einzigen vorteil den ich habe ist dass er natürlich jetzt relativ wenig karten auf der hand hat für die gerechtigkeit sie werden nicht wissen das gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut das gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut wenn er jetzt vorher mal auf der hand hat war es das für mich theoretisch reicht sogar ein frostblitz heißt auch ausbilder oder drei schaden machen es reicht theoretisch noch für feuerball und hat ein feuerball das war dann bei einer exklusion ja er könnte mir den jetzt auch noch töten macht das macht das nicht er ruft über zwei spotter das ist unglaublich jetzt muss ich irgendwas heilendes kriegen schlecht aus ja das ist natürlich nur eine karte aber im prinzip bin ich in drei runden weg vom fenster sie werden nicht wissen das war natürlich jetzt ja schade ein gesegneter champion hätte mir nächste runde in sieg gebracht aber was will man machen wenigstens noch eine quest fertig bekommen ja im moment läuft es scheinbar nicht so es könnte daran liegen dass die ganzen die natürlich jetzt auf rang 15 und so waren am ende der letzten season jetzt unter umständen natürlich jetzt noch relativ hoch im rang sind aber wir werden uns schon dadurch boxen vielen dank dass du diesmal wieder dabei war ich hoffe ihr hatten spaß bis zum nächsten mal reaktion